Papi, Papi, Dörpeln, was maschen, bitte was maschen. Na gut, hier, kauft euch was. Aber Heinz, für Kinder gibt's doch Kinderschokolade mit extra viel Milch. Jede Tafel Kinderschokolade enthält die wichtigsten Bestandteile von rund einem Drittel Liter Milch. Na, seid ihr auch für Kinderschokolade? Oh ja, immer Kinderschokolade! Danke. Ja, so bekommen Kinder immer noch eine extra Portion Milch. Kinderschokolade, die Schokolade für die extra Portion Milch. Ja, so bekommen Kinder, die Schokolade für die Schokolade.